So, okay. Hey, wie? Gleich ohne Kodierungsüberlastung? Ich bin ja fast begeistert. Okay, kurze Erklärung, was ich hier gerade mache. Ich baue um. Wird witzig, oder auch nicht. Wir könnten hier noch ein bisschen was unterbringen von der ganzen Schlacke erstmal. Ich versuche gerade ein bisschen die ganze Schlacke wegzumachen, damit ich da unten zwei Kisten noch wegknallen kann. Und gleich zeige ich euch mal, wie viel Spaß das bis jetzt schon war, den ganzen Mist da wegzuräumen. Äh, ja. Nicht. Hier sind schon 24 K drin, egal. So viel Schlacke kommt hier ja nicht raus, dann passt das schon. Ist das jetzt bald mal leer da, oder was? Das gibt es doch gar nicht. Wie viel ist denn da drin? Mein Gott, ey. Jetzt nehme ich noch einen Blob extra mit, dass es mal ein bisschen schneller geht, ey. Hm. Ja, ist halt voll, ne? Ey. So. Ich will die Kisten da unten loswerden. Und ich möchte nicht überall noch Kisten stehen haben, sondern nach und nach jetzt mal so ein paar Kisten loswerden, ne? Äh, okay. Autoself ist auch in Ordnung. 84. Hier sind es 77. Ja, dann klatschen wir hier gleich die nächste noch rein. Danke schön. Jetzt kriegen wir wenigstens eine Kiste da unten sozusagen weg. Danke schön. So, das klatschen wir hier mit rein. Die Kiste kann ich aufnehmen. Das ist eine Holzkiste. Mann, 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 Mann. 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 So. Dieses war der erste Streich. Und sonst habe ich festgestellt, meine Schwefelproduktion, Schwefelsäureproduktion, wird so nicht mehr lange funktionieren. Weil das gereinigte Wasser für die Schwefelsäure kommt von oben. Von meiner Nickelproduktion. Da hatte ich irgendwo mal Kohlendioxid reingeführt, um daraus Kohlendioxid zu machen. Um dann das Kohlendioxid hier, ne? Nickel barren. Nickel back. Haha. Und dann kann man hier gereinigtes Wasser rauskriegen. Das habe ich nach unten geführt. Das ist ja alles schön und gut. Aber irgendwann ist das gereinigte Wasser leer. Und ich habe keinen Bock hier, die ständig leer, das Kohlendioxid, Kohlendioxid wegballern zu lassen. Ist auch ein bisschen sinnlos einfach. So, das heißt, ich muss hier eventuell das gereinigte Wasser, was ich durch die Reinigung oben erhalte, wieder hier unten anschließen. Kann passieren. Okay. Ansonsten, hier steht im Moment eigentlich alles still, weil ist ja kein Erz mehr da, ne? Hier wäre das Yoki. Ja, hier wäre Yoki-Erz. Es ist halt alles leer. Es ist alles tot. Was ist hier drin? Hier ist die Schwefeldioxid. Ja, da habe ich Schwefel schon wieder angeschlossen, oder nicht? Habe ich. Ich bin ja fast begeistert, Mann. Ist ja der Wahnsinn. Okay, ist im Moment ja nicht ganz voll, aber ist okay. Kommt natürlich jetzt gerade kein Schwefel an, weil ich oben nicht weiter produzieren kann. So. Was haben wir hier? Hier haben wir dann die Produktion für das gelbe Yoki-Zeug. Mal gucken, wie wir das da reinführen. Das wäre Zinn. Mal gucken, wie wir das dann reinführen. Müssen wir auch ein bisschen anders machen, eventuell. Eventuell. Und dann habe ich festgestellt, ach, das ist ja schön. Ich habe jetzt meine Kristalle. Ich brauche mir keine Sorgen mehr machen wegen der Klumpen. Ich mache jetzt aus den Klumpen einfach Kristalle. Dann habe ich meine Ruhe. Und später mache ich die Kristalle zu... zu gereinigten, zu den ganz spitzen Dingern. Und dann habe ich ganz meine Ruhe. Opa. Nein. Warum? Ich möchte das machen. Eisenhaltiger Schlamm. So. Eisenhaltiges Erzpulver habe ich. Und was habe ich nicht? Saffir-Ritt-Klumpen. Hier wohl nicht Klumpen. Ribbit-Klumpen. Ja, nee. Ist klar. Also vergiss es. Ich brauche jeden Scheiß. Ich brauche jeden Scheiß. Es ist egal was. Ich brauche es auch nicht einmal. Ich brauche es mindestens zweimal. Ich komme nicht weiter. Es geht nicht. So. Wenn ich den eisenhaltigen Erzstaub mache, den mache ich aus Schlamm. Zusammen mit Natriumhydroxid. Okay, Natriumhydroxid kann ich mir notfalls immer wieder herstellen, indem ich mal ein bisschen irgendein Gas, was zu viel ist, wegballere bei der Salzwasserelektrolyse. Alles okay. Gut. Funktioniert. Ja. Dann habe ich meinen eisenhaltigen Erzstaub. Toll. Das ganze Kupfer, da brauche ich jetzt die Ratik, Crotinium, Bormonium. Dementsprechend das andere. Ist klar. Hier genau dasselbe Natriumhydroxid. Okay. Passt. So. Jetzt möchte ich dann daraus machen, eisenhaltigen... Nein. Moment. Das geht auch weiter. Das ist eisenhaltiger Erzstaub. So. Jetzt möchte ich machen, Anodenschlamm. Nein. Nein. Ich bin noch nicht so weit. Ich möchte jetzt eisenhaltige Lösungen machen. So. Ich habe den Erzstaub jetzt. So. Und jetzt? Jetzt brauche ich die Scheißkristalle ja auch schon wieder. Ne? Hm. Brauche ich nämlich das Ganze dann wieder. Was ich vorher als Klumpen gebraucht habe, brauche ich hier halt als Kristall. Naja, schön. In der Auslagungsanlage, um dann eisenhaltige Lösungen zu machen. Schön. Das Ganze filtre ich dann mit dem Keramikfilter und kriege dann meine Essenz raus. Wieder Schwefelabwasser. Das würde ich einfach wegballern in dem Fall. Das ist mir dann egal. Das wird mir geklärt. Den Keramikfilter muss ich wieder bestücken. Das ist auch so lustig. Rezept Keramikfilter. Aluminiumoxid. Hä? Warum kein Keramik? Naja, gut. Mir ja egal. Ist halt Angel. Gut. Den wieder zu benutzen ist dann kein Problem. Einfach reinigen. Na? Das ist wie wir es auf der Arbeit auch hatten. Wir haben auch so Keramikfilter über den Grill hängen. Die werden einfach mal ausgespült. Aber nicht nur mit gereinigtem Wasser. Wir nehmen schon eine Lösung dafür. Aber gut. Hier im Spiel ist halt nur gereinigtes Wasser. Ist recht. Ist in Ordnung. Na? Ja, also das ist einfach. Einmal herstellen mit Aluminiumoxid. Aber danach ist es einfach. Gut. So. Jetzt habe ich also meine Essenz. Und die Essenz. Da brauche ich dann meine Kupfer-2-Chlorid-Lösung. Die ich bis jetzt noch gar nicht gebraucht habe. Bei Eisenhaltig. So. Wenn ich das Ganze aber noch Kupferhaltig machen will. Brauche ich entgegengesetzt. Natürlich meine Essenz Kupferhaltiger-Lösung. Äh. Klar. Wo ich auch wieder die ganzen Kristalle brauche. Und dann aber Eisen-3-Chlorid-Lösung. Nicht Kupfer. Und dann habe ich es ja fast geschafft, Mann. Was ein Scheiß-Dreck. Das Ganze wird dann einfach hergestellt in der Chemiefabrik. Zur Eisenhaltigen Kristall. Und diesen Eisenhaltigen Kristall kann ich dann sortieren. Dankeschön. Ja. Das müssen wir jetzt irgendwie aufbauen. So. Ich habe erstmal hier soweit angefangen. Hier. Ich habe ja gezeigt schon ein bisschen, wie es aufgebaut sein soll. Also hier oben kommt mal ein Wasser rein. Das kommt dann ganz hier durch. Hier wird es einfach zerkleinert. Da werden die Klumpen gemacht. Hier werden die Kristalle gemacht. Die könnte ich überhaupt mal markieren, dass hier Kristalle gemacht werden. So. Dann klatschen wir die restlichen wieder hier rein. Ja. Geht natürlich nicht. Muss ich es so machen. Hier werden die Kristalle gemacht. Auch natürlich Auslagungsanlage. Kommen dann hier raus. Werden hier getrennt. Jetzt muss ich sie gleich nochmal trennen. Ich habe hier auch schon meine Klumpen getrennt. Weil ich ja festgestellt habe, ich brauche das noch öfter. Und zwar einmal führe ich es hier unten zur Sortierung. Zur jetzigen Sortierung, die ich im Moment kenne. Eisen steht im Moment absolut aufgestaut. Deswegen kommt nichts anderes mehr raus. Halt mal in meinen, sag schon, wie heißt das Zeug, Unicom. Ansonsten Rutil und Nickel und so ein Scheiß. Quarz ein bisschen. Ja, alles schön. Ist alles hier. Kupfer. Das meiste halt einfach Eisen. Das ist aber richtig gut. Weil hier kriegst du richtig Eisen raus. Also da kriegst du dreimal Eisen raus. Von allem anderen nur eins. Das ist ja sowas, um mein Eisenproblem endlich mal zu beseitigen. Schön. Funktioniert. So, jetzt habe ich gedacht, hier mache ich dann dieses gereinigte Saffirid. Was ja dann dieser spitze Ding ist. Dieser spitzzulaufende. Moment. Forschen. Da hätte ich ja schon das. Thermale Raffination. Das da. Okay. Das mache ich dann da drin. Und dann baue ich halt nur die Sortierung um. Ja. Aber mal irre. Weil ich brauche ja den Kristall auch nochmal. Wegen. Wegen. Wegen das. Ja. Danke. Okay. Okay. Toll. Ja, ja. Schön. Was soll's. Dann hier eben meine Aufarbeitung von Schwefel. Von dem Wasser. Von dem Abwasser. Hier drüben ist noch gar nichts drin. Da weiß ich noch nicht. Hier ist Aufarbeitung der Geoden. Hier ist Aufarbeitung von Steinen. Also zermahlener Stein, um dann Stein draus zu machen. Okay. Funktioniert alles. So. Das Ganze habe ich hier unten natürlich so ähnlich für Steratid. So ähnlich. Lang nicht so gut, aber schauen wir mal. Hier wird einfach weg. Weg, weg. Ist mir scheißegal. Weg mit dem Stein. Da passt erstmal viel rein. So. Hier kommt eben das an. Mein Wasser kommt in dem Fall jetzt von oben. War irgendwie besser anzuordnen. Dann einfach auch die gelben Steine habe ich hier hin. Allerdings. Moment. Ich habe eine leere, eine inaktive Fabrik. War das die? Ja. Die könnte ich mir also sogar wieder hinstellen. Dann könnte ich die Steine sogar noch verarbeiten. Das ist nämlich genau die Verarbeitung der gelben Steine, die hier noch unten stehen hatte, die ich abgerissen. So. Hier das Ganze dann klumpen wieder. Das Schwefelabwasser brauche ich dann bei den Farmen. Deswegen habe ich das hier raus. Zack, zack. Wenn es mal zu voll werden sollte, kann ich es klären. Einfach ein Clarifier hin. Kläranlage. Tschüss. Hier auch, ne? Gleich wieder einen Teiler ran, weil ich es ja doch brauche. Haha. Hier kann ich gleich wieder einen Teiler ran machen. Spare ich mir nachher einen Arbeitsschritt. Weil ich eben nicht nur hier weiter thermale Raffination machen muss. Oh, mein Telefon ist leer. Sondern eben auch nochmal die Kristalle brauche, um dann das zu machen. Ach, leck mich doch am Arsch einfach. Echt, wei. So, das Ganze werden wir jetzt machen mit Robys. Ich würde mir mal kurz meinen Handy anziehen. Wo ist es denn überhaupt? Ich bin gleich wieder da. So, sorry. Okay, wir werden das Ganze also irgendwie mit Anbieterkisten und so weiter nach oben transportieren. Das ist mir dann in dem Fall jetzt... Hör, wieso war es jetzt gerade so duster? Keine Ahnung. Ist mir jetzt hier in dem Fall lieber. So, wir hätten hier also passive Anbieterkiste. Bitteschön. So, in diese passive Anbieterkiste kommt jetzt rein. Alter, lass mich hin. So, ja, hier genau dasselbe. Ich brauche das auch gleich nochmal. Also, mach mir dann einen Teiler hin. Jetzt habe ich natürlich blöderweise... Ach ja, warte mal. Doch. Passt schon. So, dann machst du mir hier... Ey. So. Mach mir den Scheiß hier wieder rein erstmal. Ich will den nicht einfach mitnehmen. Brauche ich nicht. Danke. So. Ähm. So. Ja, sinnig. So. Jetzt habe ich doch bestimmt wieder die Dinger, die Klumpen. Ne, ach, das habe ich geschafft, das ohne das zu machen. Das ist ja schön. So. Dann. Raus damit. So, dann habe ich die zwei Sachen schon mal. Ist natürlich noch lang, nicht alles. Aber wäre ja... Hä? Verstehe ich manchmal nicht so ganz, warum das dann manchmal so dunkel. Hä? Wieso ist es jetzt so dunkel? Das Licht ist doch da. Bumm. Verstehe ich nicht. Kleines Faktoriumproblem vielleicht. Egal. Zeig mir hier das Zeug. Zeig mir hier das Zeug. Boah, das nervt gerade ein bisschen. Ich glaube, ich werde hier mal zusätzlich noch ein Licht installieren, glaube ich. Machen wir hier mal so ein kleines helles Jo-Oke-Licht hin. So ein schönes. Und hör doch mal auf, hier immer das Licht auszumachen. Auch wenn ich ran zoome, kann doch das Licht anbleiben. Was soll denn der Blödsinn? Jetzt bleibt es auch. Ja. Weiß nicht, was das soll? Okay. Also jetzt bleibt es hell. Ach, wahrscheinlich, weil das dann verdeckt werden soll durch die Fabrik. Ja, das kann natürlich sein. Okay, egal. Das ist da. So, das Ganze brauchen wir jetzt noch hier unten eben für das Dörratid. Mal gucken, wo wir da rauskommen. Ich weiß ja auch noch nicht so genau. Ist das ein Unsinn, ehrlich wahr? Ob das jetzt schön geht, weiß ich nicht. Muss man gleich mal gucken. Nö, geht definitiv nicht schön, aber okay. Okay, so. Ja, und hier geht es auf keinen Fall. Da müssen wir uns was anderes überlegen. So. Hier würde ich anders gehen. So. Und zwar, na, nicht mit dem Teiler. So, Dankeschön. Jetzt klappt es wieder mit dem Nachbarn. Gut, dann das Ganze eben auch nach oben einfach. Können wir hier durchführen. Ist ja scheißegal. Viel Spaß. So, okay. Dann hätten wir die Kristalle auch. Steratid. So, das müssten wir hier schnell rausführen. Bis hier kommt es an. Jawohl. Die Klumpen kann man aber nicht so durchführen, weil dann haben wir wieder ein Problem. Ach, ist das zum... Alter. Ich kotze auf den Tisch. So. Dann hätten wir den Klumpen. So. Und auch rauf damit. Das wird dann alles irgendwie in die Kiste geballert. Das muss ich mir auch noch überlegen. Wahrscheinlich wird es mehr als eine Kiste. Ist ja wurscht. Okay. Gut. Ist natürlich auch schon mal Ressourcenverschwendung, weil eben einfach die dann da rumliegen. Aber auf dem Band wäre es halt, denke ich mal, im Endeffekt sogar noch schlimmer. Also ich mache es mit der Kiste. Oder man müsste sich eben echt mit der Schaltung mal auseinandersetzen, dass man sagt, in diese Kiste soll nur so viel rein. Ja. Da habe ich noch keinen Plan von. Das wird noch schön. Weil. Das ist ein Bob-Material-Gummi. Ja, das Harz brennen. Könnte man aber eigentlich mal machen. Könnte man sich da auch mal konzentrieren. Okay. Gut. Das wäre jetzt der erste Spaß. Jetzt bräuchten wir praktisch die Ressourcenraffination. Wir haben ja gesagt, wir brauchen Jibolit noch und Rubit noch. Gut. Rubit-Klumpen stelle ich doch sowieso her. Würde ich aber eben auch gerne jetzt hier machen. Das heißt, die komplette Produktion da hinten mit dem Rubit würde ich wegreißen. Ist sowieso demnächst leer, denke ich mal. Das ist nicht mehr allzu viel. Ja, 102 K. Das ist... Tschüss. Das macht den Weg. Oh! Oh! Ich muss hier mal ein bisschen Alienbereinigung betreiben, glaube ich. Das geht den Weg alles irdisch. Und hier sind wir noch 8 Millionen drin. Das gefällt mir gut. Und irgendwo haben wir hoffentlich noch Jibolit genug. Hoffentlich. Na schauen. Hier hätten wir 6. Naja, das ist nicht viel. 7. Das ist auch nicht so viel. Rubit. Wo hätte man das nächstgrößere Rubit? Ja, das muss ich mir dann irgendwie ganz woanders herholen. Das ist ja scheiße. Ja, ist dann so okay. Weil das würde ich jetzt tatsächlich wegreißen. Oder hier oben vielleicht die 3 Millionen holen. Hier oben war das für das andere Quatsch. Aber das reicht noch. Das ist okay. Für diese Raffination reicht es. Hier war noch Jibolit. Das ist aber auch... Das ist auch für die andere Produktion. Da oben für dieses Erzpulver. Jibolit. Jibolit. Aber alles nicht viel. Hier hätten wir auch jede Menge Crotinium. 20 Millionen sogar. Die brauchen wir unbedingt. Auch die 6 Millionen nehme ich gerne. Das heißt, ich muss hier unbedingt Aliens schlachten. Hilft ja nichts. 12 Millionen. Wir müssen eventuell ein bisschen expandieren und Außenposten errichten, die wir vielleicht mal absichern. Könnte ganz geschickt sein. Sollten wir uns mal angewöhnen. Hier hätten wir nochmal Jibolit. Das ist aber auch nicht viel. 10 Millionen. Das ist okay. Müssten wir nachher absichern. Definitiv. Weil das sind Außenposten dann. Hier hätten wir auch 18 Millionen. Sehr schön. Müsste ich mir holen. Okay. Ja gut. Wäre möglich. Ich gebe mir noch Saffirit. Saffirit. Aber tatsächlich ist es so, dass mein nächstes Rubit hier wäre oder hier. Mit um die 3 Millionen. Ich würde aber jetzt diese Rubit-Produktion, die ich momentan habe, wirklich wegreißen. Und würde die mit einbauen in das andere System. So. Das heißt, wozu habe ich gerade alles hier nochmal reinsortiert? In die Kisten? Damit ich es hier jetzt auch noch wegreiße. Weil ich ja ganz intelligent bin. Okay. Was soll's. Also. Stopp. So. Mach das fertig von mir aus. Was du hier noch hast, mach es weg und dann ist gut. Das kannst du noch machen hier. Viel Spaß wünsche ich dir dabei. Okay. Nein, warum reiße ich das weg? Lass das doch da. Ich kann ja notfalls dann die besseren Crusher reinmachen. Das ist ja alles kein Problem. Aber der Aufbau an sich kann ja bestehen bleiben. Ich nehme das ganze Gebäude und reiße es weg. Bam. In your face. So. Das heißt, hier brauchen wir natürlich auch wieder gereinigtes Wasser. Aber nicht hier. Wir lassen jetzt hier noch die letzten Klumpen machen. Wenn du damit fertig bist. Okay. Sieht gut aus. Warum machst du eigentlich nichts? Du hast jede Menge Erz drin. Ha. Geil. Das Thema hatten wir vorhin schon mal. Weil sie genau falsch rumstehen. Ich habe da drauf nie geachtet. Die stehen genau falsch rum. Also. Dann macht ihr noch euer Erz weg und dann reiße ich euch ab. Okay. Ja. Hier ist wahnsinnig viel von den scheiß cyanfarbenen Geoden drin. Die müssten auch noch weg. Uch. Jetzt habe ich die scheiß Lampe abgerissen. Das ist nicht so intelligent. Gib mir mal die ganz helle. Oh. Danke. Okay. Dann sehen wir wenigstens was, auch wenn es dunkel ist. So. Das brauchen wir eben nicht. Die Steine müssten wir auch noch weg tun. Ich weiß gar nicht wohin. Ich lasse die wahrscheinlich erst mal stehen. Hier hätten wir eine Kokserei, glaube ich. Ja, tatsächlich. Aber die ist sehr gering. Warum ist die so gering? Ist auch nichts Gescheites. Es soll wohl nur für eine Produktion sein. Na, eigentlich nicht. Sollten wir vielleicht mal beschleunigen, obwohl es ja bis jetzt zu reichen scheint. Ist auch wieder okay. Ja gut, okay. Was soll's. Eisen-Dreikloridlütung. Auch die brauche ich noch. Brauche ich noch woanders als nur bei der Herstellung von Platinen. Die brauche ich tatsächlich auch noch bei der Herstellung von allen möglichen komischen und unmöglichen Erzen. Okay. So, wie weit seid denn hier? Noch nicht ganz fertig. Na gut, ich kann euch ja trotzdem abreißen. Es bleibt ja alles drin. Wir erhalten. Ist ja eigentlich auch wieder egal. Das können wir wegreißen. Hier ist geschmolzenes Gold. Ja, das würde ich drin lassen. Das Wasser kann weg eigentlich. Fangen wir doch mal damit an, dann hören Sie sowieso das Produzieren auf. Wir reißen hier erst mal das Wasser ab. So, jetzt können Sie hier gleich nichts mehr machen, weil Sie kein gereinigtes Wasser mehr haben. Soll Sie Ihre Rohre mal leer saugen von mir aus. Mal gucken, ob es noch schafft, das ganze Rubit zu verarbeiten. Ich habe Zweifel. Wobei, man scheint es bis jetzt ganz gut zu schaffen. Krasser Scheiß. Das ist jetzt nur noch die eine Zelle. Egal. Schluss jetzt. Warte, wir gucken noch einmal, wenn etwas kommt. Jetzt. Okay, und dann weg damit. Bam. Was? Echt jetzt? Scheiße. Warum? Was habe ich im Inventar? Okay, da müssen wir mal gucken. Die muss ich natürlich auch schon aufnehmen können. Das wäre schon ganz sinnvoll. Ach, nee. Hier, mach mal den Stein da rein kurz. Geben wir die Faktorizimo-Fabrik. Die ist nämlich vollständig mit irgendwas. Die brauche ich schon. Okay, Rubit wäre das. Dankeschön. So, machen wir mal weiter. Wir haben bis jetzt... Ja, Jubolid fehlt mir. Meine Klumpen an sich habe ich ja schon, aber ich bräuchte die Produktion eben hier mit dabei, damit ich es zentral habe. Wäre ganz schön. So, das hieß, wir würden hier reinbauen. Scheiße. Passt doch alles nicht zusammen. Würde das so stimmen? Ja, nice. Würde man das ja wahrscheinlich sogar behalten, obwohl... Was ist das jetzt? Ja gut, das kann ich dann für die anderen Sachen gebrauchen. Grotinium und so ist in Ordnung. Ich frage mich jetzt gerade... Warum habe ich Rubit so klein gemacht? Ich weiß, was wir damit machen. Das stellen wir einmal auf. Und reiß das komplett ab. Das reiß mal, wie es ist, ab. Ach, ich kann natürlich wieder nichts aufnehmen. Echt jetzt? Achso, weil ich Flotationszellen Mark 2 habe, ne? Da ist der Nächste. Ich habe einfach zu viel Scheiße im Inventar. Das kommt da schwer dazu. Wir müssten also mal einfach eine von den ganzen Backpacks aufmachen. Da kann zum Beispiel die Lampe mit rein. Dankeschön. Da können wir mal den Beton mit reinschmeißen. Dankeschön. Ja, die bescheuerten arithmetischen Kombinatoren, die brauche ich auch nur wegen... 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 Jo, okay, Maschinen. So, jetzt gibst du mir mal das. Jetzt kann man nämlich den Rest aufnehmen, maybe. Ja. Wird alles weggerissen komplett. Das ist eine Bullshit-Produktion gewesen. Das ist Quatsch. Ach ja, fantastisch. Alles werde ich eh nicht mitnehmen können. Er wird mich gleich wieder über irgendwas informieren, was nicht funktioniert. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich nehme euch in dem Umbau mal mit, weil was passiert, ne? Wenn man nicht richtig plant, das sehen wir eben jetzt. Vor allem dann diese ganzen Rohre und alles neu verlegen, was ich da gesehen habe, was ich alles neu und anders machen muss. Cool. Total geil. Und so geht es mir eben gerade die ganze Zeit schon. Habe ich Rubid-Klumpen dabei? Nö, könnte ich auch nicht mehr mitnehmen. Genau. Cool. Das heißt, auch die bescheuerten Cyan-Dinger kann ich nicht mitnehmen. Lassen wir also erstmal hier liegen. Ja. Schaffen kurz Platz. Indem wir hier das Erz reinballern schon mal. Viel Spaß. Ach so, das ist zerkleinertes. Ja, dann geht es nicht. Dann schmeiße ich das hier rein. Wünsche dir hier auch noch viel Spaß. So. Okay, kommt dann unten raus. Ist natürlich genau falsch. Eigentlich. Machen wir nicht. Machen wir genau andersrum. Ja, ganz so weit hätte ich es nicht abreißen müssen. Lassen wir es hier raus. So, dann den Stein. Meinetwegen hier runter. Und dann. Das Schlimme ist, dass ich genau weiß, dass ich das alles nochmal umbauen kann, weil das wieder nicht passt. Später. Das wird einfach geil. Mh. So. Dann mach du das da rein. Mach du das von mir aus hier rein. Das ist jetzt alles nicht richtig, aber ist egal. Hauptsache, die machen mal kurz was. Okay, so soll es dann aussehen. Jetzt kann ich vielleicht die Klumpen aufnehmen. Dann habe ich aber immer noch die scheiß Steine in der Fabrik drin. Das bringt mir ja gar nichts. Fällt mir gerade auf. Habe ich. Aber ich habe doch. Moment. Das kriegen wir hin. Na, so ist das nicht richtig. Kann ich nicht aufnehmen. Ja, Schnauze. Ist das eine Flotation? Na, das ist ja die falsche. Das ist eine leere. Okay, die nehmen wir. Stellen die hier auf. Nehmen die wieder mit. Danke. So, und machen jetzt hier eine Blaupause rein. Auslaugung. So. Okay. Gut. Ist natürlich falsch, weil hier ist das falsche Produkt noch drin. Da steht nämlich. Ich habe das nämlich schon markiert und habe es dann erst mir die Blaupause genommen. Weil es sehr wurscht. Die Geräte an sich und die Anordnung ist ja alle richtig. Das ist ja alles dasselbe. Gut, jetzt könnten wir also hergehen und könnten sagen, wenn ich hätte Auslaugungsanlagen, dann wäre es cool. Aber ich glaube, ich habe nur noch fünf Stück oder so. Da sind sie ja. Und auch nur Mark 1. Warum eigentlich? Ach so, weil ich noch gar keine besseren kenne. Ganz einfach. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Vielleicht brauche ich es bis jetzt noch tausend Mal. Scheiß drauf, was ich jetzt alles verbraucht habe. Egal. So. Der Scheiß steht mir noch im Weg. Ganz massiv. So, ich habe eine Blaupause auf der Flotation. Genau. Nice one. So. Ja. Gut. Habe ich denn Flotationszellen genug? Naja, gerade so vielleicht. Auch da darf ich gleich wieder daran denken, die richtig rumzudrehen. Also die Ausgänge. Du drehst die Zelle an sich gar nicht, aber der Ausgang dreht sich halt. Ja. Weil sonst wird das nämlich nichts. Dann stehe ich nämlich da, wie gerade eben. Ach ja. Und wundere mich die ganze Zeit, warum so wenig, warum Robit nur auf einer Seite ankommt. Mann, Mann, Mann. Ja, das ist, wenn man beim Umbau nicht aufpasst. Also beim Bauen generell. Und jetzt in dem Moment eben auch der Umbau, weil der auch totales Chaos ist. Also das ist ja der Wahnsinn. Aber gut, was soll's. Und siehe da, ich brauche mehr Stahlrohre, war ja klar. Machen wir mal so 200 Stück und dann können wir danach noch weitermachen. Dankeschön. Auslagerungsanlagen habe ich übrigens gerade in Coming, glaube ich. Da. Genau derselbe Scherz. Du drehst nachher nicht die Anlage, aber man muss die aus, man muss die, die, die Eingänge drehen. Ne, muss man gar nicht. Quatsch. Ist ja gelabert, was ich mache. Hier in dem Fall muss man es gar nicht, weil da kein zweites Produkt rauskommt. Fertig, aus. Okay. Umso besser haben wir hier irgendwo. Ja, haben wir. Das würde ich sogar weiter so machen. Viel Spaß. Dann haben wir nämlich da hier noch ein bisschen Platz für irgendwas anderes. Frag mich nicht, für was. Ich weiß es jetzt noch nicht, aber irgendein Blödsinn fällt mir ein. So gehört es übrigens, damit es richtig läuft. Ich werde es nie lernen, wie man mit Blaupausen richtig arbeitet. Ich meine, ich könnte es Roboter bauen lassen. Jawoll. Die würden vielleicht auch weniger Scheiße bauen als ich. Aber. Ich mache es halt fix selber. Außerdem habe ich gar keinen. Ja, hey. Hier drinnen können Roboter nicht arbeiten. Die können die Fabrik beliefern. Das machen sie. Dafür gibt es die Fabrik Anforderungskisten, die ich noch erforschen könnte. Stichwort Forschung. Warum nicht? Oh, das ist grausam. Ich muss mal aufpassen, weil ich im Moment keinen Input habe. Ja, doch. Durch das hier Bolid habe ich im Moment noch ein bisschen Input. Oh Mann. Ja, das dauert jetzt alles gerade noch ein bisschen. Sorry. Okay, also. Das wäre so im Moment das Ziel. Jetzt werden wir mal kurz die Ausgänge zeigen. Aber auch wie im Stream-Projekt gestern, wenn ich was nicht mehr brauche an Ein- und Ausgängen, wie es hier jetzt der Fall ist. Schalt es doch aus. Schalt es doch aus. Es kostet doch alles nur. Es ist ein bisschen Anzeigekraft, aber ich brauche es doch nicht mehr. Schalt es doch aus. Ja, das würde ich vielleicht sogar anlassen. Aber hier überall schalt es doch aus. Braucht es doch nicht. Es ist doch alles schon definiert. Weil das ist ja irgendwie Verschwendung, ne? Ja, da brauche ich es noch kurz. Auch hier. Schalt es doch aus. Schalt es doch aus. Schalt es doch aus. Ne, da noch nicht, weil da kann noch sein, dass noch was reinkommt. Hier aber genauso. Hier ist alles fertig. Das ist Silberproduktion. Schalt doch die Scheiße aus. Habe ich aber noch gar nicht angeschlossen, sehe ich gerade. So ein Unsinn. Müsst ihr auch noch tun. Was kommt denn hierher? Ach, die Saipeda-Säure-Wing. Ne, ja, ja, gut. Den ganzen Rest ausschalten, ausschalten. Ja, das ist alles nur ein bisschen Anzeige, aber hey, warum soll ich es mir schwer machen? So, okay. Bis die ganzen Zellen und der ganze Scheiß da fertig ist, kann ich ja eigentlich mal Folgendes tun. Ich kann hergehen und kann sagen, erstmal ist das inaktiv, ist es nicht. Das ist schön. Weil ich habe jetzt Rubid, Safarids, Deratid, Rubid. Hier kommt dann Diabolid rein. Da hätte ich aber noch Crotinium und Bobmonium. So, meine Wegen hier so hin. So, positiver Nebeneffekt. Ich habe gerade wieder ein bisschen Platz im Inventar. Gut. So, und dann überlegen wir uns, wie wir das hier noch machen. Ich habe keine Ahnung. Es wird einfach cool. Nicht. Ja, und auch hier müssen wir wieder irgendwie ganz beschissen schräg dahin gehen. Gefällt mir nicht, aber geht jetzt gerade nicht anders. Sonst kommen wir hier nicht heran. So, okay. Okay, haben wir hier überall die Ein- und Ausgänge. Die brauche ich hier noch in dem Fall. Dankeschön. Alter Schwede. So, und dann würde ich nämlich, wo habe ich denn mein Erz an sich? Wenn wir jetzt sagen, wir möchten mal anfangen hier mit dem Quatsch, wo ich, also eisenhaltiges Erzpulver habe ich. Ja, das brauche ich hier. Ja. Dann brauche ich Safarid, Jerobid, Rubid, Thermalwasser. Thermalwasser. Wie baue ich denn das ab? Ganz normal mit einer Pumpe. Mit so einer Bohrpumpe wahrscheinlich. Wo habe ich denn die überhaupt? Ah, da habe ich welche. Können wir mal schauen. Hopp. Wo ist denn Thermalwasser? Hier unten. 4, 5. 4, 3. Das ist alles ungefähr gleich wahrscheinlich. 4, 6 für so wenig. Das ist natürlich nicht schlecht. Hier hinten hätten wir 1, 6. Ja, das ist für den Arsch. 4, 5. Hat man gerade schon gehabt. Hier die 2, 6. Die sind getrennt. Das ist Quatsch. Und das ist auch nur 1, 1. Das ist auch Quatsch. Okay, dann würde ich vielleicht hier hingehen. Weil ich da dann sowieso irgendwo in die Nähe gehen will, wegen dem Hierbolid noch und so, muss ich eh da unten aufräumen. Okay, da das vielleicht oder hier das. Welches nehmen wir denn? Nehmen wir das, weil das ist näher an meiner Mauer. Also mal da runterlaufen. Wir könnten aber, Moment, das machen wir jetzt noch schnell. Wir könnten da noch schnell befehligen, was ihr macht. Weil ihr werdet eine Bauplanänderung kriegen. Ihr macht bitte Rubitkristalle. Nicht irgendwas anderes. Dankeschön. Ahaha! Braucht keine Schwefelsäure. Aber fick dich ins Knie. Salpetersäure. Okay, weil es so schön ist. Na ja gut. Lass mich raten. Was brauche ich denn bei Jibbolid? Flusssäure. No, no, freilich. Crotinium-Salzsäure. No, klar. Hormone brauchen wir noch Schwefelsäure. Das ist doch noch relativ einfach. Ach, leck mich doch am Arsch. Also Flusssäure und Salzsäure brauche ich noch. Ich meine, das habe ich ja alles. Aber das ist, ja, schön. Und hier kommt Salpetersäure rein. Na gut. Von mir aus. Was ich aber eigentlich damit verzwecken wollte. Ich wollte meine Klumpen loswerden. So, bitte. Die könnt ihr euch gleich schon mal schnappen. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Dankeschön. Okay, also wir sehen zwei, drei Problemchen. Erstmal, der Matze hat nicht gut geplant. Zweitens, der Matze hat nicht gut geplant. Drittens, der Matze hat überhaupt nichts geplant. Viertens, ja, passt schon. Es wird. Scheiße. Okay. Ich muss also das Ganze jetzt noch irgendwie umbauen. Das lassen wir alles noch stehen. Da passiert noch nicht viel. Habe mir hier auf unmögliche Art und Weise ein paar Teile herangemacht. Hier. Die mir praktisch dann Steratid hier wegmachen. Hier genau dasselbe. Und irgendwo. Nee, hier passt es. Ja. Weil hier wird eh nur Steratid abgebaut. Das Problem ist, hier ist eigentlich mittlerweile mehr Steratid drin als Safferid. Zum Großteil. Aber ich muss es halt mit abbauen. Ich habe es jetzt damit angeschlossen. Ich habe da den kleinen noch. Den lasse ich mal noch eine Zeit lang stehen. Auch wenn der mittlerweile wahrscheinlich uneffektiv ist. Also ich habe hier dann jetzt praktisch die Verbindung. Ich habe hier einen Filterteiler hingebaut. Hier einen Filterteiler. Und kurz bevor es reingeht, ist nochmal ein Filterteiler. Ja, irgendwie wird es schon werden. Okay. Wie gesagt, daran gewöhnen, dass ich mal diese ganze Scheiße, die ich nicht mehr brauche hier. Überall bei den ganzen Kraftwerken brauche ich es auch nicht. Also schalte es doch aus. Ja, weil das braucht kein Mensch. Das ist jetzt gerade einfach nur Ressourcenverschwendung. Auch hier ist ein Kraftwerk. Ach, das war eins, was ich selbst versorgt habe. Bei Bedarf halt. Und das wird demnächst wieder ans Netz genommen. Allerdings habe ich schon gesehen. Schönerweise. Der stellt nicht nur aus dem Prepared hier das Radiated her. woraus ich dann eine Brennstoffzelle machen kann. Er braucht auch erstmal Brennstoff. Danke. Dankeschön. Naja. Aber dann kann ich ihn damit versorgen. Mit der guten. Das passt schon. Machen wir hier Schluss. Viel ist nicht passiert. Ich verzweifle am Umbau. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne eine Bewertung da lassen. Ein Kommentar, irgendwie was dazu schreiben. Und wir sehen uns im nächsten Part dann, wenn der ganze Schmarrn funktioniert. Hoffe ich zumindest. Bis dahin. Ja, hier läuft was. Das ist in Ordnung. Das können wir mal abreißen. Da ist nämlich nichts mehr drin. Wow, eine Mine läuft noch. Hier wäre noch was drin. Das können wir mal gucken. Okay, bis dann. Ich wollte da hin. Ich wollte da hin. Das war's für heute.